Tiger? Wo ist ein Tiger? Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz was zu trinken holen, dann komme ich gleich wieder, okay? Bleibst du kurz hier sitzen? Du darfst mich auf gar keinen Fall verraten, wenn du dem sagst, dass du mich sehen kannst, dann kann er mich auch sehen. Ja. Und dann sperren die mich ein. Ja. Okay? Ja. Haben wir ein Geheimnis? Ja. Guck mal. Diese Tiere können auch nur von Kindern gesehen werden. Ah. Wir können die nicht sehen und wir brauchen deine Hilfe. Ah. Noch nie einen gesehen? Im Zoo. Können Tiere sprechen? Nein. Aber diese Fantasietiere können sprechen. Ah. Ich gebe dir diese Süßigkeiten alle, wenn du mir sagst, wo der Tiger ist. Mein Knappas. Wo ist der Tiger? Wo habe ich ihn gesehen? Hast du nie einen gesehen? Nein. Das ist alles Schwachsinn, was ich erzähle? Ja. Gut, dann nimmst du Knappas. Ja. Du bist der Coolste. Würde. Du bist der Vergere. Was ist älte. Na, da. Vielen Dank.